Hallo herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft zu einer neuen folge und zwar waren wir gerade in der höhle das wetter ist miserabel ja ich schweife von thema ab aber wie gesagt wir waren gerade in der höhle wo wir viele schöne sachen entdeckt haben es hat mich echt gefreut 29 eisen haben wir schon das sammeln wir ein dann tun wir das mal so ja und zwar werden wir jetzt versuchen unseren kleinen unterstock zu finden den wir in der ersten folge hatten dazu packe ich aber erstmal die sachen hier weg wir haben jetzt endlich unsere neue karte so die einmal brauche ich jetzt auch nicht so eine karte habe ich sehr schön ach ne ich brauche ja noch was und zwar wollte ich ja noch unterwegs falls wir auf schafe treffen noch eine schere machen genau so eine schere haben wir brauchen wir noch was ja eigentlich nicht so dann werden wir mal losziehen ich hoffe ich finde den unterschlupf noch eine grobe richtung habe ich ja aber ich weiß halt nicht mehr genau wo es war ja wir laufen einfach mal hier hinten lang aber gar keine tiere mehr da in der ersten folge waren so viele tiere da und jetzt auf einmal nicht mehr das kommt mir echt komisch vor ganz ehrlich auch hier ist ein kleiner see genau sehr schön gehen wir mal da lang ja gehen wir mal hier lang ach das ist aber auch cool hier gemacht wie geil ist das denn also hier könnte man auch was draus basteln guck mal ganz kurz wo wir sind ja irgendwie sind wir am rand der welt da müssen wir gar nicht hin verdammt ich hoffe wir laufen jetzt in die richtige richtung ja genau dann laufen wir mal in die richtung hier so zack 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 ein bisschen schneller hier da ist ja wo es glatt ist kannst rennen wo es nicht glatt ist kannst rennen so rum ja hier haben wir schon die wüste ich glaube das war sogar die wüste die wir gesehen haben gut ja dann klettern wir mal in die berg kater ja die richtung sieht gut aus so dann laufen wir mal hier weiter eigentlich könnte man hier gleich ein bisschen land abbauen damit wir auch ein bisschen glas haben machen wir einfach mal Kanilschaden und wer meine andere projekte kennt ja der weiß dass ich immer sehr viel glas brauche ja dann machen wir hier noch lang kurz ich würde beinahe sagen es reicht erstmal für den anfang reicht es auf jeden fall aber es wird wieder dunkel glaube ich dann schauen wir mal in die karte an ja die richtung könnte richtig sein ja und zwar möchte ich einfach nur mein bett wieder haben ach wenn wir schon mal hier sind so zack und rüber hier los hoch mit dir so 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 die wüste ist echt riesig hier ist ja mal mega groß ja und jetzt geht es langsam los hier ich glaube wir müssen in die richtung es könnte hin kommen das sieht glaube ich ganz gut aus ich glaube der Berg den habe ich schon mal gesehen den Berg habe ich schon mal gesehen ja ja deutsche Sprache ich weiß nicht ob es hier ist aber wir probieren es einfach mal ich brauche nur einen bestimmten Punkt auf der Karte bis ich den endlich wieder entdeckt habe ich glaube wir laufen mal hier lang ich glaube da ist richtig ach hey das kann ja was werden jetzt hier oh das war ein Kaktus ich glaube sogar das ist der Spawnpunkt hier wir schwimmen einfach mal rüber hier ganz schön weiter Weg hier mhm ja ach hier sind auch noch Tiere sehr schön ach Schweinchen das werden wir mal gleich erledigen sehr schön komm mal hoch ach geil so eine Kuh habe ich auch gerade gehört genau es ist leider gerade echt ein bisschen dunkel hier ich sehe gerade gar nicht viel ich glaube wir müssen da rüber also ich muss ehrlich sagen die Welt ist deutlich größer als auf der 3 okay viel mehr Wasser auch muss ich sagen viel mehr Wasser auch muss ich sagen egal ob es auch für Tiere wir brauchen Futter, Futter, Futter ach herrlich sehr schön ja und zack sehr schön naja ja danke ähm und dann hier Schweinchen weg danke das ist für einen guten Zweck sehr gut zack ja und zack sehr schön ja dann haben wir auch schon mal sieben Wolle viermal Schweinefleisch so das lässt sich schon mal sehen ja also irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor hier gerade das sah damals anders aus nicht der Meinung oder musste ich da runter ich weiß es doch nicht verdammt ach man ich glaube ich suche und suche und suche ach noch ein Schweinchen danke danke dann schwimmen wir mal hier rüber das kommt mir alles überhaupt nicht bekannt vor Das ist jetzt ein bisschen blöd, natürlich. Hm. Hm. Oder war das da hinten? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht kann uns ja jemand sagen, wo wir hin müssen. Für eine Idee wäre es immer hilfreich, äh, also, äh, das wäre immer hilfreich, so. Ach ja, ich und meine Orientierungssinn. Da sehe ich, was sehe ich denn da? Perne? Nee, Kühe? Kühe. Okay. Danke. So, dann hätte ich gerne ein bisschen Wolle von dir. Danke. So, sind wir jetzt... Ja. Hm. So viel komisch. Wenn ich mich recht entsinne, sah die Karte damals ganz anders aus. So viel Wüste hier. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Na gut, wir haben ja das, was wir wollten eigentlich. Lieber hätte ich die alten Sachen wiedergefunden. Beziehungsweise das, was wir da gebaut haben. Aber... Ja, das ist doch mein. Der greift mich an hier. Ich glaube es ja nicht. Nein, Spaß. War mal wieder zu nebenlich. Äh... Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal wieder zurück. zu meinem Unterschlupf. Ja, das war die Richtung ungefähr. Ich finde ich den wieder. Ich vergesse mir das mal aufzuschreiben. So, dann rennen wir mal ein bisschen hier. So... Ach. Aua. So, so. Weiter geht's hier. Zack, zack. Und eins und zwei und eins und zwei. Und hier rüber. Und los, 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 los. Ach, es wird auch gleich wieder hell. Das ist auch sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Mensch, sind wir weit weg. So, so, so. So, 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 so. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber... Gehört natürlich auch dazu. Ich habe ja gesagt, ich nehme alles auf und stelle es auch online. So, wie ich wirklich spiele. Ihr könnt ja einfach die Folge überspringen, wenn es euch nicht so gefällt. Joa. Wie gesagt, wenn jemand einen Tipp hat, wo die Sachen sind, oder beziehungsweise wo der erste Unterschlupf ist. Ach, perfekt. Dann bitte in die Kommentare schreiben. Das würde mir sehr weiterhelfen. So, 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 so. Und wir sind ja daheim. Dann werden wir mal gleich was machen. Und zwar werden wir mal ein Betschi machen. Genau. Dazu brauchen wir aber Bretter. Äh, wo haben wir denn Bretter? Wir haben keine Bretter. Das ist blöd. Dann pack mal erstmal die Sachen hier rein. Ich weiß zwar noch nicht wozu wir die brauchen, aber... Wir haben sie schon mal. So, dann suche ich mal ein Bollchen, was noch weg kann. Sieht natürlich ganz gut aus da. Joa. Der kann weg. Eins, zwei, drei. Und ein Apfel. War auch dabei. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir mal ein paar Bretter noch schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann... Jetzt habe ich die Wolle da reingemacht. Ich glaube es einfach nicht. Manchmal bin ich auch ein bisschen dämlich. So, Bettchen ist fertig. Eichensetzling. Können wir gleich hier wieder hinsetzen. Deswegen heißt er ja auch so. Setzlingmacher. Ähm. Wo macht man es hin? Joa. Da haben wir schon mal das Inventar vom Haus. Aber noch kein Haus. Auch nicht schlecht. Und dann setzen wir den gleich mal in den Gänchen hin. Zack. Und da machen wir auch noch ein Bollchen hin. Zack. Ach, da ist noch einer. Saube Sache. So, dann hauen wir mal rein. Dann haben wir noch das Grünzeug hier weg. Sieht ja auch nicht schön aus. Ohne Baumstern. Ja, genau so. Zack und zack. Zack und zack. Zack und zack. Dann hauen wir gleich hier hin. Da noch einen. Und da noch einen. Und da noch einen. Und hier auch immer schön Holz. Dumm da dumm da dumm da dumm da dumm. Joa. Kann man so lassen jetzt hier. Ah, ich mache noch ein bisschen Feinarbeiten hier. So. Muss ja auch sein. So. 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 Hmmm. Ach, da hat man nicht Stein noch. Ja ist das stimmt. Und da haben wir noch Stein. Hau mal schnell in den Ofen rein. Hau mal hier ganze Kohle rein erstmal. Ne, ganze nicht. Wie viel machen wir denn, wie viel machen wir denn? 12, 10, 14, ich brauche noch 2. Und dann machen wir die Steine da rein. Gut, das war mal wieder eine Folge, sinnloses Umherlaufen. Ich werde mich mal schlau machen, wo der erste Unterstück war. Ah, hier kann auch noch weg. Ja, gut. Das war eine weitere Folge von Minecraft, let's play. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme für heute stoppen. Ich werde die Folgen online stellen und ich werde mal auf eure Reaktion warten. Also, man, ist schon spät. Ja. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, was ich als nächstes machen soll. Und der Höchstbeetner gewinnt ein iPhone 1. Äh, ja. Genau. Also, man sieht sich. Ich sag mal hier, ja. Winkel, winkel. Tschüss. Bis dann.